Servus zusammen, es ist Freitagabend, der 21. Oktober, wir haben 17.47 Uhr. Also ich beiße hier fast in das Mikro rein, weil ab und zu kommt mein Spruch, es sei zu leise, aber sorry, meine Stimme ist immer noch nicht da. Aber wie gesagt, ich beiße hier fast rein, ich muss ein bisschen aufpassen und ich hoffe, das wird dementsprechend besser. Ich habe alles auf so laut wie möglich gestellt. Also, das ist der DAX und ich finde nach wie vor, der sieht gar nicht so schlecht aus. Was ich jetzt hier nicht eingezeichnet habe, ist der DAX auf Tagesbasis, ist das von dieser Bewegung hier, von den 12.000 hoch bis zu 12.930, ist das hier fast auf den Punkt genau das 38er Retracement der FIBO-Berechnung. Ich habe so wenig reingezeichnet, weil ich habe nämlich heute schon auch wieder 2, 3 Sachen mehr reingezahlt, reingezeichnet. Ich habe 2 Punkte. Das eine ist diese gestrichelte Linie hier bei 12.932, das ist das Hoch vom 20.09. und das Hoch von letzter Woche 18.10. mit diesem Shootingstar, den wir hier haben. Das ist für mich eine ganz wichtige äußere Linie. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der DAX ist mehr in Händen der Daytrader, als dass hier irgendwelche Endanleger dabei sind. Also ich sehe es zumindest nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wenn die mich fragen, wo sind jetzt die nächsten 2.000 Punkte, muss ich ehrlich sagen, wüsste ich jetzt nicht, ob ich die nach oben oder nach unten machen sollte. Das gibt er mir momentan nicht her, wenn Gleiches für das Daytrading echt ganz interessant ist. Macht Spaß. Der zweite Punkt ist der, den ich hier mit diesem Pfeil markiert habe, ist die 20-Tage-Linie. Die steigt, das ist grundsätzlich positiv. Wir befinden uns zwischen der 20-Tage-Linie und dem oberen Band. Und das gefällt mir. Wenn wir diese 12.937 rausnehmen mit einer Stundenkerze, mindestens einer Stundenkerze, dann zieht die 13.000. Dann ist das eigentlich Pflicht. Eine Kür wäre nach wie vor ein Erreichen von dem Downtrend, den wir haben. Das ist der vom All-Time-High, nochmal hingezeichnet. Also das sind für mich die beiden wichtigen, nächstliegenden Marken. 20-Tage-Linie, 12.394 und 12.932. Dazwischen kann der 100, 200 Punkte hoch und runter springen, wie er lustig ist, je nachdem, was er für Nachrichten hat. Ich mag ihn. Und was passieren wird, und das wird jetzt für mich sehr interessant sein, ist, wenn wir wirklich hier diese 12.932 rausnehmen, im Moment stehen wir über 12.748, sogar das Gold steigt, dann wird das hier oben bleiben. Auch wenn jetzt die Stochastik als Überkauf gilt, ist das dann eher streng bestätigend zu sehen. Wir sind heute mit dem Schlusskurs heute so ganz leicht ins Negative gerutscht vom MACD, aber das ist auch noch nicht was. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir das rausnehmen und die 13.000 zieht, dass wir dann über die Stochastik so eine Bewegung hier haben oder sowas hier. Deswegen darf man noch nichts ins Boxhorn jagen lassen oder denken, okay, das sieht so hoch aus, das kann ja nur runtergehen. Nö, das kann hier eine ganze Zeit lang auf oberstem Niveau hin und her pendeln. Hatten wir hier auch, ja, so diese kleinen Fehlsignale, ja, und da ging er gerade nochmal hoch. Und hier haben wir das auch ein paar Mal gehabt. Also da aufpassen, das ist dann eher trendbestätigend. Was mir ganz gut gefällt, ist das hier. Ich gucke jetzt mal, das mache ich am Freitag-Film eigentlich sehr ungern, aber ich mache es jetzt hier rein, dass die vier Stunden alles schön nach oben gedreht. Unterstützung hier passt, ja. Da waren wir in der Nähe, aber das ist auch noch weit weg, bei 12.500 ungefähr, waren wir in der Nähe des unteren Bandes, ja, und es zieht. Es zieht alles nach oben. Also mir gefällt das. Ich muss jetzt hier eigentlich nochmal ein bisschen positiver werden. Es gibt ein paar Werte, die stehen kurz vor größeren Signalen. Schaut euch mal eine BASF an. Bei 46 ist das so ein Dreifachtop. Die Bayer über 50 ist hochinteressant. Es gibt einige. Und natürlich gibt es auch ein paar Dinger, die muss man erstmal gar nicht mehr anschauen. Zum Beispiel Adidas Puma. Da muss man überhaupt nicht drauf schauen. Das bringt gar nichts. Vergebene Liebesmühe. Mir gefällt das hier grundsätzlich. Ich tendiere eher zu long und ich habe mich für folgende Scheine entschieden. Und zwar, ein Hebel 20 gescheint bei den Calls, 12.124. Da sind wir hier deutlicher weg von der 20-Tage-Linie. Und das wäre dann auch, wenn man den jetzt noch kauft, wäre das hier auch der Stopp, wenn wir da drunter gehen, unter die 12.350. Ein 12.124, das ist die GZ1J16. Und als Put, der für mich momentan nicht in Frage kommt, weil ich denke, wir haben hier so einen kleinen Lauf, siehe 4 Stunden Anzeige von eben, ist die GZ028Q. Mit einer Basis 13.354. Da liegen wir hinter dem Trend vom All-Time-High. Der muss aber schon hier, das ist dann jetzt per heute, ist das 12.310 und am Montag ist das 13.284. Da muss der raus. Aber nochmal, ich sehe keinen Grund, warum ich diesen Schein jetzt hier momentan den Put kaufen soll. Aber ich nenne ihn trotzdem für den Fall, dass wir hier erneut abbrechen. Das ist gut möglich, aber das sind ja nur, was sind denn das? Das sind noch nicht mal 200, das sind mit mir nur 200 Punkte, das macht er eine Viertelstunde. Also da habe ich keine Bedenken über die Geschwindigkeit. Also über den Tag hinaus, grundsätzlich, bleibe ich der Meinung, dass wir eher eine 13.500 sehen als eine 11.500. Die Aussage davon weiche ich nicht ab. Zwischenzeitlich darf der hier 100, 200 Punkte hoch runterspringen, wie er will. Aber vor dem Hintergrund der 4-Stunden-Technik muss ich sagen, ich glaube, wir sehen das am Montag, sehen wir das hier nochmal, diese 12.932, dann muss er sich entscheiden, geht er drüber, dann hat er das hier als Ziel oder fällt er davon wieder ab, vielleicht mit einem Shootingstar, das weiß ich noch nicht. Also ich finde, das sieht kürzfristig gar nicht mal so schlecht aus und ja, damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.